Ja, und wieder stehen wir an einem der Schwerpunkte, der Stauschwerpunkte in Neu-Ulm, nämlich an der Europastraße, genauer gesagt beim McDonalds, weil hier kommen geplagt vom Stau viele Menschen ganz einfach rein und entspannen ein bisschen. Und denen wollen wir den Stau jetzt auch noch ein bisschen versüßen mit einem ganzen Sack voll Geschenke. Rein mit uns. Ich verschenke ein MacBook. Wie geil, oder? Wahnsinn. Juhlau 3FM